ich sehe nichts mehr eigentlich Jo Leute, was geht ab? Jo Leute, was geht ab? Jo Leute, was geht ab hier? Kaputt, irgendwie gerade gewesen. Ja Leute, neue Challenge Leute. Wenn mir was schenkt, dann einmal Kleber. Durch dem Gesicht oder auf den Körper Leute. Deswegen, let's do it. Let's do it Leute. Deswegen Leute, wie gesagt hier, schenkt mir was, dann landet der Kleber bei mir hier im Gesicht Leute. Heute die Kleber-Pret-Glut-Challenge Leute hier. Jeder kennt es aus dem Alltag. Von der Schule Leute, damals als Schulkind Kleber gehabt. Das ist der typische Schulkind, Grundschulkleber Leute. Auf jeden Fall. Ich bin wieder live Leute. Noch hier live aus Nürnberg Leute. Deswegen Leute, wenn mir was schenkt hier, dann geht der Kleber durchs Gesicht Leute. Egal was. Und man darf nur einmal was schenken. Wichtig Leute, es zählen nicht Doppelgeschenke diesmal. Keine Doppelgeschenke. Nix Leute. Jeder hat ein Geschenk Leute. Ein Punkt Leute. Reicht dann einmal hier. Und wenn wir ein richtig großes Geschenk Leute, dann... Ja Leute, deswegen Leute. Glut-Challenge Leute. Wer macht das? Wie gesagt, Glut-Challenge Leute. Ihr wisst Bescheid Leute. Glut-Challenge. Ja, der erste Leute. Kleber durchs Gesicht Leute. Deswegen die erste Rose. Is da Leute. Danke für die Rose für... Auf jeden Fall. Deswegen nächster Leute hier. Wer mir was schenkt. Kleber durchs Gesicht. Oder du auf dem Körper. Egal wo Leute. Glut-Challenge. Is da. Deswegen Leute. Nein, Phil zählt nicht. Ein anderer muss das sein Leute. Auf jeden Fall. Aber damit die anderen das nochmal sehen Leute. Hier Leute. Wirklich hier nochmal Körper. Und Gesicht Leute. Deswegen. Is da Leute. Anziehen. Macht gar keinen Sinn Alter. Sonst kann ich die Challenge gar nicht machen. Nur weil du keinen perfekten Fitness-Body hast. Alter. Geh nach Hause. Du kannst nach Hause gehen. Deswegen Leute. Challenge is da Leute. Schenk mir irgendwas. Egal was Leute. Kleber geht durchs Gesicht Leute. One 60 Minuten Challenge is da Leute. Später auch auf YouTube abrufbar Leute. Deswegen is da Leute. Ja Leute. Starke Schulter ist auch da. Ich hoffe du hast die perfekte starke Schulter hier Leute. Deswegen. Auf jeden Fall. Ja Leute. Wir kennen halt aus der Schule. Früher hat man das in der Schule gemacht. Ja Leute. Geschnüffelt. Deswegen Leute. Wie gesagt. Die Challenge is da Leute. Und demnächst wieder. Tanz Battle Leute. Demnächst kommt ihr wieder Tanz Battle. Irgendwann. Auf jeden Fall. Nächste Woche. Auf jeden Fall wieder Tanz Battles hier. Und so weiter Leute. Deswegen. Ja normaler. Ja genau. Ja genau. Kann ich machen auf jeden Fall. Es gibt ja Uhu Kleber Leute. Uhu Butterfix. Brett Kleber. Dann gibt es hier noch den Bastel Kleber. Von früher Leute. Arte Tech. Ist da Leute. Arte Tech. Wo ist Arte Tech. Oder Leute. Fingertipps. Kennt ihr Fingertipps Leute. Oder zum Beispiel Baumarkt Kleber. Hier so. Holzlein. So. Dsch. 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 Deswegen Leute. Wenn mir was schenkt Leute. Auf jeden Fall. Kleber. Geht durchs Gesicht. Oder wie gesagt hier. Geht's auf den Körper Leute. Der Erste hat es schon geschafft Leute. Danke nochmal an Phil. Auf jeden Fall. Mein Hemd ist weg. Ich hab nichts. Deswegen. Hemd ist weg Leute. Hemd ist zu teuer. Leute. Wir haben Sommer. Sommer Feeling. Ist da Leute. 20 Grad Leute. Ist da hier. Deswegen. Deswegen Leute. Arte Tech. Deswegen Leute. Der Nächste kann kommen Leute. Kleber durch die Hand. Leute. Auf jeden Fall. Deswegen Leute. Schwingen wir was Leute. Wie gesagt. Die Kleber Challenge. Ist da Leute. Wir sehen. Wie ich mir Kleber. Auf den Körper schmieren Leute. Wie gesagt. Ich tue das dann. Wie Sonnencreme. Hier einschmieren. Oder wie Creme Leute. Wie Nivea Creme Leute. Ihr wisst Bescheid Leute. Nivea Creme. Deswegen. Eine Rose reicht Leute. Aber es darf nicht der gleiche sein. Ja. Deswegen. Ich grüße dich auf jeden Fall. Deswegen Leute. Die Glue. Prit Challenge Leute. Ja. Später auf YouTube. Auf jeden Fall abrufbar Leute. Ihr wisst Bescheid. Wahrscheinlich auch auf Twitch. Und so. Ja. Sie haben mit Sekundenkleber. Ist klar. Dann kann ich gleich meine Haut wegschmeißen. Sei froh. Woher hatte ich überhaupt nach. Ja genau. Mach mal noch nichts von Nivea. Ja Leute. Auf jeden Fall Nivea. Wer mir was schenkt. Leute. Ich zieh die.